Hola, hola, bienvenido auf Mallorca. Hallo und herzlich willkommen hier auf meiner Trauminsel Mallorca. Wer eine Immobilie auf Mallorca kauft, hat natürlich nicht nur den Kaufpreis zu zahlen, sondern hat auch noch andere Kosten. Die sogenannten Kaufnebenkosten und laufenden Kosten. Was sind das für Kosten? Wie hoch sind die? Das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Was ist das für Kosten? Wie hoch sind die Kaufpreis? Grundsätzlich haben wir natürlich den Kaufpreis, den wir zu zahlen haben, den wir dann irgendwie verhandelt haben. Und dazu kommen zusätzlich nochmal 10 und 13, je nachdem was man erworben hat, zwischen 10 und 13 Prozent Kaufnebenkosten. Sprich Notar, Steuerberater, Eintragung bei der Gemeinde etc. Die muss man auf jeden Fall mit einplanen. Also das heißt, wenn man eine Immobilie für eine Million kauft, muss man mindestens 1,1 nochmal zurechnen. So, das sind die Kaufkosten und die Kaufnebenkosten. So, die sogenannten laufenden Kosten, das sind natürlich die Grundsteuer, die man jedes Jahr im September zu bezahlen hat. Die sogenannte IBI, die ist 1 Prozent vom Katasterwert des Grundstückes oder vielmehr des Gebäudes. Also nicht das, was man bezahlt hat, der Wert der Immobilie, sondern des Katasterwertes. Und da kann es natürlich auch zur Abweichung kommen. Das heißt, man zahlt 1 Prozent dann nicht von, ich sage jetzt mal, 500.000 hat man für ein Apartment bezahlt. Aber der Katasterwert ist dann vielleicht 800.000. Und das muss man immer ganz klar bedenken. Nur, dass man sich nicht wundert. Dann gibt es seit einigen Jahren die sogenannte Luxussteuer, was viele auch vergessen haben. Die wird jedes Jahr fällig für Immobilien, die einen Wert haben, über 700.000 Euro. Und diese Luxussteuer ist 2,5 Prozent des Wertes, des aktuellen Wertes der Immobilie. Auch da bitte beachten, wenn man eine Immobilie gekauft hat und die vielleicht ein halbes Jahr später Mehrwert ist, Marktwert, dann muss man davon 2.500 Euro von dem Mehrwert bezahlen. Immer dran denken. Ganz, ganz wichtig. Wer jetzt vorhat, seine Immobilie zu vermieten, der muss auch noch eine Einkommenssteuer auf die Vermietungszeit, beziehungsweise auf den Einnahmenzahlen. Und die liegt bei EU-Bürgern bei 19 Prozent und bei Nicht-EU-Bürgern bei 24 Prozent. Das sind die sogenannten laufenden Kosten. Dann gibt es die sogenannten laufenden Nebenkosten, nenne ich sie mal. Das sind dann Abfallgebühren. Die liegen zwischen 20 und 40 Euro im Jahr. Dann haben wir natürlich, je nachdem, was man hat, selbst wenn man eine Apartmentanlage hat, hat man natürlich die Bewässerung zu bezahlen, die Gartenpflege oder man hat selber was, Wasserkosten und all das Strom und so weiter. Da muss man schon mal zwischen, je nach Größe, zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Das Ganze sollte man natürlich genau wie in Deutschland oder auch in anderen Ländern versichern. Gegen Wasser, gegen Einbruch etc. Diese Kosten liegen zwischen 20 und 40 Euro. Also man sieht, wir haben nicht nur im ersten Blick den ersten Kaufpreis, sondern wir haben die Nebenkosten, wir haben laufende Kosten, die laufenden Nebenkosten. Das ist alles zu beachten. Und auch das sollte man ein guter Makler, ein guter Verkäufer, dem Erwerber natürlich immer im Vorfeld sagen. Also ich hoffe, Sie haben gemerkt, bei Toyota Property sind Sie in guten Händen. Wer noch weitere Fragen dazu hat, schreibt es gerne in den Kommentaren, kontaktiert uns, besucht uns hier auf der Insel. Wir sind hier Mitte November, haben immer noch 25 Grad und ja, die Insel ist einfach traumhaft schön. Ich freue mich, Sie euch hier persönlich begrüßen zu dürfen, ganz liebe Grüße, ihr euer Jürgen der Jürgen. Adios, hasta luego. Amen. Amen.